Fast eine Million offene Jobs in Deutschland? Sich da auf den richtigen zu bewerben, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Klar, online klingen viele Stellenanzeigen toll. Doch damit du dich bei deinem neuen Arbeitgeber auch langfristig wohlfühlst, muss wirklich alle stimmen. Also solltest du dir genau ansehen, was die Firmen in deiner Region für dich zu bieten haben. Und ob es vielleicht noch andere gibt, die ebenfalls zu deinen Vorstellungen passen. Keine Zeit, das alles selbst herauszufinden? Kein Problem! Mit allefirmen.de, dem Firmenvergleichsportal, blickst du kostenlos hinter die Kulissen der attraktivsten Arbeitgeber in deiner Region. Und erhältst exklusive Einblicke in deren Unternehmenskultur. So findest du ganz einfach deinen Traumjob bei deinem Wunscharbeitgeber. Komm jetzt auf allefirmen.de und beginne mit deiner Suche.